Bayern-E-Kunde Thomas Müller trifft Entscheidung über Karriereende Thomas Müller und der FC Bayern eine Liebe, die seit über 23 Jahren wehrt. Eine Fortsetzung steht noch nicht fest. Die Entscheidung hat Müller offenbar selbst getroffen. München, die Verträge von acht Spielern beim FC Bayern laufen im Sommer 2025 aus. Der neue Sportdirektor Christoph Freund ist schon länger im Amt. Leistungsträger wie Joswa Kimmich, Leroy Sahner und Alphonso Davies dürften bald Vertragsverlängerungen erhalten. Die Persönlichkeit von Thomas Müller ist jedoch noch schärfer. Der Arbeitsbericht mit den Vereinsidentifikationsnummern endet in wenigen Monaten, am 30. Juni 2024. Die FC Bayern plant offenbar Vertragsverhandlungen mit Thomas Müller. Thomas Müller repräsentiert den FC Bayern wie kein anderer. Der ehemalige Bayern-Spieler ist seit über 23 Jahren beim FC Bayern München, zunächst in der Jugendmannschaft und dann als Profispieler. Die 34-Jährige verkörpert Mia Sanmier und führt als Anführerin. FCB-Fans können sich ihren Verein ohne Müller kaum vorstellen. Da scheinen auch die Vereinsbosse zu glauben, wie die Sportbild berichtet, planen sie. In den kommenden Wochen erste Gespräche mit der Vereinslegende über eine Vertragsverlängerung zu führen. Denn Müller hat der Vereinsführung signalisiert, dass er seine Karriere nicht vor 2025 beenden möchte. Bayern-Ekone Müller beschließt, seine Karriere zu beenden. Ich möchte unbedingt noch ein Jahr nach 2024 spielen, das ist zumindest mein Plan, erklärte Müller. Ich habe immer noch Spaß auf dem Platz und hoffe, dass das auch so bleibt. Ob das beim FC Bayern oder anderswo der Fall ist, bleibt abzuwarten. Sicher ist, dass Müller nicht möchte, dass seine Karriere nach der Saison endet. Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga ist für Müller nicht ausgeschlossen. Der Weltmeister hofft jedoch, weiterhin in der Champions League spielen zu können. Doch setzt Nagelsmanns Entwicklung fort, Müller verliert seinen Platz beim FC Bayern an Musiala. Müller ist derzeit ohne feste Anstellung beim FC Bayern und hat in 14 Pflichtspielen 483 Einsatzminuten absolviert, dabei zwei Tore geschossen und fünf Assists gegeben. In der Champions League kam der Offensivstar nur in drei Spielen als ein Wechselspieler zum Einsatz. Verletzung von Jamal Musiala, der kürzlich das Training wieder aufgenommen hatte, ermöglichte es Müller, wieder häufiger zu spielen. Natürlich kann sich Müller nicht auf seinen Lorbern ausruhen. Natürlich ist es frustrierend, wenn man nicht auf dem Platz steht, gab Müller offen zu. Der 34-Jährige erkennt jedoch Folgendes. Wir haben derzeit fast ein Überangebot an guten Spielern in der Offensive. Manager Thomas Tuchel verteilt die Verantwortung nach und nach auf andere Schultern. Diese Entwicklung begann bereits unter Extranet Tuchel, als es immer wieder zu Auswechslungen kam und Nagelsmann sein Versprechen gegenüber Müller brach. Bundesliga Einsatz in zehn Spielen Vier Starts 329 Minuten Ein Tor Vier Assists Champions League Einsatz in drei Spielen 66 Minuten Eins Vorlage Der FB-Pokal Einsatz in einem Spiel Ein Spiel als Starter 90 Minuten Ein Tor Müller träumt vom Champions League-Final in München, auf der Bank und der Nationaltrainer Nagelsmann. In der Zusammenarbeit zwischen dem FC Bayern und Thomas Müller steht jedoch nichts im Wege. Allerdings gehört Müller mit einem Jahresgehalt von rund 20 Millionen Euro zu den Spitzenverdienern, sodass eine Vertragsverlängerung wohl kaum gelingen wird. Und 30 sollte es dem FCB gelingen, ein weiteres Heimfinale zu erreichen, könnte der Eigengewächs seine große Karriere im Champions League-Finale im Mai 2025 in München beenden. Doch bis dahin fließt noch reichlich Wasser in die Isar und Müller und die deutsche Nationalmannschaft werden zunächst gebraucht. Nationaltrainer Nagelsmann, dessen Doppel-Sex gegen Österreich weiterhin ein Fragezeichen ist, ließ Müller bei der 2-3-Niederlage der Mannschaft gegen die Türkei am vergangenen Samstag im kalten Berliner Olympiastadion 90 Minuten lang auf der Bank sitzen.